27 die auffindung der fisch wurde nicht zubereitet und nicht verspeist ich billige es daß alle es unschicklich fanden den schlüsselträger zu spicken und zu essen und daß die herren mit brot und wein sich begnügten in des fischers armer seele wäre gar kein raum gewesen für gram um den verlust des handelspreises voll wie sie war von angst daß er ewig werde hin und her fahren müssen zwischen steg und fels weil er den heiligen verkannt hatte jedoch bekam er sein geld denn die gäste hielten hochherzig dafür für das bestellte müssten sie so oder so den preis erlegen und so fand sich der mann in diesem nebenpunkte beruhigt wie viel sorge ihn auch sonst beschweren mochte den glaubensschein um das haupt seines weibes betrachtete er als ihre persönliche angelegenheit ganz als das erzeugnis ihrer schwärmerei das nichts bewies gegen seine überzeugung dass man auf dem stein vom bettler überhaupt nichts mehr oder doch nur reste finden werde vor denen ihm graute schreckhaft beschämt und bestraft durch den fund des schlüssels fürchtete er sich davor die städte seiner boshaften untat wieder anzufahren fürchtete sich auch vor der enttäuschung der herren die sie nach großen mühen erwartete denn die vornehmen bejahten auf den fels zu hissen würde kein kleines sein und dann würden sie nach so weiten reisen an einem ziel stehen das ihnen unmöglich noch etwas zu bieten haben konnte auf meine art teile ich die sorge des rauen mannes denn ich weiß ja und mit mir wisst ihr es denen ich alles erzählte welcher prüfung die beiden denen der offenbarung und auftrag zuteil geworden entgegen gingen vorhersichtig als herr der geschichte könnte ich mich zwar getrösten dass gleichsam die prüfung nur ein scherz war und alles gut ausging und doch erwarte ich mit bedrückung die große verlegenheit und verwirrung die der zuversicht vorerst einmal am ziele bereitet war das fromme weib hatte den boden die breite matratze des ehebettes in die küchenstube gelegt und darauf taten sie stundenweise einen ungeduldigen schlummer zu zweit oder es lag auch wohl nur einer darauf während der andere auf einem stuhle nickte kaum aber graute der tag so waren sie rege forderten wasser vom fischer zu ihrer erfrischung nahmen einige löffel von einer mehlsuppe die das weib ihnen brachte und wollten danach die fahrt nicht anstehen lassen auf ihren mäulern ritten sie die kurze strecke zum steg geführt von dem fischenden manne der trübgesinnt die leiter trug auch eine spitzhacke und einiges strickwerk der römische knecht aber musste zum kopfschütteln des fischers das weiße maultier am zaume mit hin führen um am stege damit auf sie zu warten etwas mundvorrat brot und wein trug er auch und würdige kleider für einen der ihrer bedürfen würde lagen auf des maulschimmels rücken diese sowohl wie trunk und imbiss wurden mit den geräten im boote versorgt die berius aber führte mit fromm herabhängenden mundwinkel den schlüssel so ruderte sie der fischer schwer seufzens zu weilen hinaus auf den stillen wassern eine stunde gar zwei sie achteten es kaum sie spähten aus nach dem fels den ihnen das lamm verkündet und der den endlichen leerer weite erschien grau rötlich und kahl ein kegelförmiges riff recht hoch käffer wie der geistliche herr mit andacht murmelte petra wie er mit gefalteten händen hinzufügte probus aber sagte als sie nahe herangekommen noch sehe ich nichts und niemanden droben dort auf dem steine er betonte das noch und dennoch strafte ihn sein freund mit strengem sei du gewärtig ich bin es antwortete der anizia aber noch zeichnet sich mir keine hütte oder irgendein obdach sonst noch die gestalt eines menschen dort oben ab womit und wovon sprach der fischer trostlos in seinen bart sollte sich der wohl ein obdach gebaut haben liberius überhörte es verstärkt so gebot er eurer ruderschläge legt an am fels daß wir ihn ohne säumen erklimmen ja ihn erklimmen wiederholte sein freund mit nachdruck obgleich ihm als dem beleibteren der aufstieg recht sorgenvoll bevorstand in wahrheit war das ein ding viel leichter gesagt als getan vier leute über fünfzig der fischer konnte wohl anlegen und festmachen er konnte auch in bemühtem versuchen misslingen und endlich mäßigen wohl gelingen seine hakenleiter anhängen an zwei felsennasen droben bis zu denen sie reichte so dass sie von der nicht vollkommen senkrechten wand etwas abstehend einen schwanken aber leidlich sicheren treppenstieg bot bekannt ist aber dass sie mitnichten ganz hinauf bis zur platte führte und die aufgabe seine gäste nicht nur über ihre sprossen sondern weiterhin über das zusätzliche nackte stück fels zu bringen erwies sich dem ohne dies hoffnungslosen fischer in wirklichkeit nicht etwa als leichter sondern als schwieriger noch als er sie sich immer schon vorgestellt alle drei band er mit seinem strick zusammen und ordnete den aufstieg über die schwankeleiter so dass er voranklommen liberius ihm folgte und der anizia den schluss machte schwer hatte der sündige mann vom glauben nicht gestärkt zu ziehen und zu stemmen schon auf den sprossen und mehr noch als sie endeten und auf dem letzten stück des steines bis zur höhe dem fuße kein vorgegebener tritt und schritt sich mehr bot mit seiner spitzhacke versucht er manchmal den ihm nachkletternden im gestein einen kümmerlichen mehr nur angedeuteten stufenhalt zu schaffen sie nutzten ihn keuchend mit hand und fuß so gut sie konnten von atem kurz und in schweiß trotz der kühle kamen sie nach dem einen der andere obenan erkrochen die kegelplatte richteten sich auf zwangen ihre augen umher zu blicken der fischer aber tat es nur matt und unerwartend die herren aber begierig mit aufgerissenem blick nicht mehr war da als von weitem von unten zu erspähen gewesen leere im kahlen gefirrt dass sie mit solchen mühen erreicht verwirrende enttäuschung beschämend und von grames tiefe wandelte sie an hatten verkündigung und weisung die sie gleicherweise empfangen sie beide betrogen und genas führt konnte des lammes rede bewährt bis zu diesem punkte zum schluss und am ziel sich als lüge erweisen unwillkürlich ergriffen probus und liberius sich an den händen und drückten sie einander das taten sie bevor sie zugleich mit dem fischer von der mitte der platte weg gegen ihren rand ein ding ein wesen eine lebende kreatur wenig größer als ein igel sich hinbewegen sahen auf allen vieren jetzt dann sich aufrichtend und dann wieder auf die vorderen gliedmaßen sich niederlassend sein lauf war wie flucht doch gab es wohin es sich richtete kein versteck ein gegenstand lag dort allerdings an der kante von rost überzogen und halb zerstört den fasste der fischer ins auge das beineisen rief er von den lippen der freunde aber kam es gepresst das geschöpf die hände an denen sie sich hielten zitterten mit den anderen bekreuzigten sie sich ist euch fragte liberius den fischer diese enteilende kreatur ihrer art nach bekannt nein herr antwortete jener ich sehe dergleichen zum ersten mal es war kein solches geschöpf auf dem stein als ich den heiligen brachte und was meinte wollte probus da wissen der ruf den du tatest das gerät dort betreffend das beineisen ist stieß der fischer vor vom wetter zerfressen dass ich einst dem heiligen angelegt und dessen schlüssel ich fluchend hinaus warf in den see da hat der fisch ihn verschlungen ihr herren haltet ihn hier und dort liegt das eisen versperrt doch niemandem mehr eine fessel abgestreift hat es der heilige vielleicht ist er zum himmel gefahren nicht dahin lautete unsere belehrung erwiderte traurig der pressbitte empor fuhr er der auf den felsen seine kirche gegründet es ist bitter genug dass wir den felsen leer finden trotz süßester weisung wenig frommtes unseren schmerz darüber mit unzulässigen konjunkturen zu betäuben leer sagst du warf probus ein aber nicht völlig wird dies wort der wahrheit gerecht ganz leer und ohne jede spur dessen den zu suchen wir ausgesandt finden wir den felsen nicht dort liegt das eisen das er trug er selbst ist nicht sichtbar aber sollten wir als christen unsichtbarkeit gleichsetzen mit nicht sein sollten wir wankend werden im glauben und nicht vielmehr uns überzeugt halten dass hinter der lehre dem scheinbaren nichts bestätigung sich verbergen muss es ist wahr nur von jenem flüchtigen gottes geschöpft dort beim eisen ist die stätte belebt die das lamm uns wies es war nicht da als der erwählte hier aufenthalt nahm nun aber ist es da wir wollen uns ihm nähern es ist sehr borstig sagte liborius mit abneigung das ist es bestätigte probus aber mehr auf scheu als auf böse achtung lässt sein benehmen schließen wir haben nichts von ihm zu befürchten wie wenn wir etwas von ihm zu hoffen hätten gehen wir zu ihm und da er den freund noch an der hand hielt zog er den widerstrebenden mit sich gegen den rand der platte gegen das verrostete eisen und das wesen das bei ihm saß wie groß aber war ihrer beider und des fischers erstaunen wie verschlug es ihnen den atem und ließ sie am fleck erstarren als das geschöpf eine seiner kurzen vorderen gliedmaßen ausstreckte gegen ihre annäherung und einem unzweifelhaft von seinen struppig verhangenen lippenkommende menschenstimme an ihr ohr schlug hinweg von mir hinweg von hier stört nicht die buße von gottes größtem sünder entgeistert blickten die herren einander an ihre hände umklammerten sich fester der prälat schlug mit dem schlüssel das kreuz er sagte du sprichst kreatur ist daraus zu schließen dass du an der menschheit teil hast außer ihr bin ich kam die antwort hinweg von dem ort der mir angewiesen damit ich durch äußerste buße dennoch vielleicht zu gott gelange liebes geschöpf legten und probus sich ins mittel wir wollen dir deine städte nicht streitig machen wisse aber dass auch wir in sie gewiesen sind in süßestem doppelgesicht und dass uns verheißen ist den hier zu finden den gott erwählt hat hier findet ihr nur den gott sich erwählt hat zum untersten äußersten sünder auch das erwiderte der anitia mit städtischer höflichkeit ist eine interessante begegnung der aber den wir suchen und einzuholen gesandt sind den hat er erwählt zu seinem vikar zu aller bischöfe bischof zum hirten der völker zum papst in rom vernimm wir sind römer söhne des neuen jerusalem wo der thron der welt leer steht weil sich der sinn der menschen verwirrte bei dem versuch ihn zu besetzen wir aber dieser geweihte und ich sind belehrt worden im doppelgesicht von einem rührendsten lamm dass gott selbst die wahl getroffen wem gegeben sein soll zu binden und zu lösen und dass der erwählte zu finden sei im fernen lande auf einem stein auf diesem stein den er so sagte das gotteslam seit 17 jahren bewohne wir finden ihn nicht wir finden nur dieses eisen dessen schlüssel der see zurückgab durch einen fisch und statt es erwählten finden wir dich lasst dich beschwören weißt du uns irgendwelche kunde von ihm nicht weiter rief liberius mit plötzlich aufsteigender angst indem er den sprecher am arm ergriff dabei aber geschah es dass sie aus den augen der kreatur über ihre verwunschene verwachsene mine zwei tränen rollen sahen du weinst liebes geschöpf sagte probus in der sich selbst bei diesem anblick nicht der tränen enthalten konnte mehr noch als die gabe der sprache zeugt dein weinen dafür dass du an der menschheit teil hast beim blute des lammes warst du ein mensch er dir deine gegenwärtige beschaffenheit zuteil wurde ein mensch wenn auch außer der menschheit kam es zurück und hast du die taufe empfangen ein frommer abspendete sie mir und taufte mich auf seinen namen auf welchen namen frage nicht rief liberius in höchste angst und suchte seine hohe gestalt zwischen den freund und das wesen zu drängen dieses aber antwortete gregorius entsetzlich schrie der kleriker auf und sank in die knie indem er sein gesicht mit beiden händen bedeckte zu ihm beugte sich sein gefährte der ihn obgleich von statur so viel kürzer nun überragte fassen wir uns amitsche sagte er dies ist ein großes nicht gebe zu verwirrendes aber ergreifendes wunder vor dem unserem menschenwitz nur die abdankung übrig bleibt teufels hohn ist es und blendwerk der hölle stieß der andere zwischen den händen hervor fugamus wir sind des teufels narren gott hat kein borstiges tier des feldes zu seinem bischof erwählt und legte es sich hundertmal des erwählten namen bei fort von hier fort von der städte höllischen schabernacks er sprang auf und wollte enteilen probus hielt ihn am gewande fest hinter ihnen aber hörten sie bescheidendlich sagen ich habe einst grammatica divinitatem und legem studiert hörst du frug probus nicht nur dass es spricht und weint es ist auch wissenschaftlich durchaus zum binden und lösen vorgebildet du tätest gut ihm den schlüssel zu reichen numquam rief außer sich jener liberius drang gütlich der gefährte in ihn gedenke des weibes dort in der hütte das in der hülle des bettlers den heiligen erkannte und um deren haupt wir den schimmer des glaubens gewoben sahen sollten wir uns beschämen lassen von ihr und uns verstocken dagegen in niedrer gestalt den erwählten zu erkennen sollten wir irre werden an der genauen verheißung des lammes es war entgegnete liberius von anfang an etwas unstimmiges in unseren geschichten denn du behauptest des lammes blut sich in rosen verwandeln gesehen zu haben wo doch mir diese manifestation vorenthalten blieb und du deutetest das erwiderte probus dahin als sohn und fürst der kirche habest du solcher glaubensstütze nicht bedurft der bin ich rief liberius ein diener der kirche ein wächter ihrer heiligen würde du aber bist ein lei und außerstande als solcher meine gefühle zu teilen leicht hast du es die im glauben gütlich zu tun während mein sinn für repräsentation in scham sich windet ausgesandt bin ich mit dir den bischof der bischöfe den vater der fürsten und könige den lenker des erdkreises einzuholen den gott erkor soll ich heimkehren eine larve von wenig mehr als igelsgröße an der brust sie mit der tiara krönen sie auf die sedia gestatoria setzen und stadt und welt zuzumuten sie als papst zu verehren türken und heiden würden der kirche spotten die kirche er hielt ein hinter ihnen sprach es nehmt nicht anstoß an meiner gestalt kindische nahrung und der widerstand gegen die wetter des himmels setzten sie so herab erwachsenheit wird mir zurückkehren hörst du hörst du triumphierte probes seine erscheinung ist verbesserungsfähig du aber mein freund kehrst allzu einseitig den adels in der kirche hervor und vergisst ihre popularität für die gott hier wie es scheint ein starkes exempel setzt bei der wahl ihres hauptes gilt nichts was hinieden und stuft geblüht und stamm nicht noch herkunft selbst nicht ob einer auch schon nur zum priester geweiht der geringste und unscheinbarste ist er nur christlich getauft und nicht ketzer schismatiker oder der simonie verdächtig kann papst werden du weißt es und du bußgestalt kennst du jenen mann dort immer grauenden warte er brachte mich an diesen ort und trugst du dies eisen ich trug es bis es abfiel von mir dank meiner verkleinerung kein eisen brauchte mich festzuhalten an meiner buße ich selbst hielt an ihr fest mit festhaltender hand meiner sündhaftigkeit war es gegeben mich in jedem kampfe über das übliche maß zusammenzunehmen du scheinst bereit der erwähnung folge zu leisten kein platz war für mich unter den menschen weist mir gottes unergründliche gnade den platz an über ihnen allen so will ich ihn einnehmen voller dank dass ich binden und lösen kann kardinal presbyter von sancta anastasia su palatio sprach probus mit ansehen und reckte sich auf neben dem so viel längeren freunde gib diesem geschöpfe gottes den schlüssel da widersetzte liberius sich nicht länger et tibi dabo clavis regni zelorum murmelte er indem er sich auf ein knie niederließ und dem büßer dabot was der fisch in die hütte gebracht mit den verkümmerten ärmchen drückte der empfänger den schlüssel an seine filzige brust holde eltern sprach er ich will euch lösen so 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 so